Hier kommt die perfekte Solo-Base. Erstmal gehen wir nach oben. Wir haben einen kleinen Shooting-Floor. Hier oben drauf einen Platz, um den Heli zu parken. Oder einfach von hier oben runter zu schießen. Hier kann man noch ein paar Sachen reinpacken, um die am Anfang vom Wipe zu verkaufen. Wenn man vielleicht Glück hatte und direkt eine Shotgun oder sowas hatte. Kleine Locker, um sich schnell wieder was anzuziehen, falls man mal irgendwo in der Nähe von der Base gestorben ist. Eine Drop-Kiste, nochmal zwei kleine Kisten. Und jetzt kommen wir zum Interessanten, dem Bunker. Hier ist der Eingang, wo sieht der Bunker aus. Und wie das Ganze funktioniert, wie man das baut, dass das Ding hier, hier hingeplaced werden kann. Das heißt, wenn man das weg macht, das auch weg geht, zeige ich euch jetzt. Ich starte mit einer ganz simplen Starter-Base, weil man kann natürlich nicht direkt so eine Riesen-Base auf einmal bauen. Ich starte mit drei King-Foundations. Damit man die nochmal nachher raushacken kann. Deswegen, ich nehme hier immer Doppeltüren. Kostet zwar ein bisschen mehr Holz, aber da muss man später nicht rumhacken. Eins, zwei. Die C stelle ich immer hier in die Ecke. Einfach die C kurz in die Ecke drücken, dass der komplett rot ist. Und dann langsam rausziehen, bis der blau wird. Und schon steht der. Man hat am Anfang hier nicht viel Platz, aber wir nutzen den Platz so gut, wie es geht. Pack meist hier ein kleines Lagerfeuer hin, um zu gucken, ob jemand draußen steht. Wenn du hier stehst und dein Komfort unten rechts unter den Leben über 50% gehen, heißt das, dass einer in der Nähe von deiner Base ist. Kleine Kiste hier hin, ein Ofen hier hin, Schlaßtag hier hin. Werkbank kann hier hin. Und so hätte man eigentlich schon alles, was man in der ersten Starter braucht. Klar, man hat hier nicht so viel Platz, aber das kann man hinbekommen. Starten wir mit dem nächsten Schritt. Das wäre der Bunker. Erstmal baut man rechts von seiner Tür eins, zwei Foundations. Und baut das Ganze genauso wie ich hier. Nicht weiter, so lassen. Jetzt kommt was Komplizierteres, weil das, was ich jetzt mache, ist dafür, dass der Bunkel überhaupt so funktioniert, wie er funktioniert. Zwei Trick Foundations hier hin. Und hier an diesem Viereck. Ihr müsst immer gucken, in die Richtung, in die das Viereck hier zeigt, in die Richtung müsst ihr auch bauen. Heißt, ihr müsst gucken, dass da hinten irgendwie keine Base steht oder ihr zu nah am Outpost oder am Banditenlager seid. Weil da kann man ja ab einer gewissen Nähe nicht mehr bauen. Was wir jetzt machen müssen, wir bauen in der linken Seite von der Foundation neun kleine Trick Foundations. Im neunten schaut immer mit der flachen Seite zur inneren Seite der Base hin und mit der Spitze von eurer Base quasi nach außen hinweg. Fiegt die Foundation dran und dann kann das alles wieder weggemacht werden. Und wir setzen dann jetzt hier Foundations rüber. Diese beiden kommen jetzt auch weg. Und wir müssen jetzt hier ein neues Dreieck platzieren. Diesmal war es falsch. Hier unten, in diesem Bereich, muss nämlich ein großer Stein sein. So, jetzt ist es richtig. Hier auf der Textur ist jetzt ein großer Stein unten links in der Ecke. Wenn das der Fall ist, könnt ihr direkt schon mal auf Stein upgraden. Jetzt macht ihr alle Foundations, bis auf die direkt an eurer Base ist, wieder weg. Und macht das gleiche mit den Dreiecken nochmal. Wieder ein Viergeck dran und die am Rand wieder weg. Genauso wie die. Und dann macht ihr von hier hinten, so weit möglich wie weg, an eure Base eine neue Wand und direkt von außen nach innen ein Dreiecksdach. Und dann könnt ihr hier alles direkt wieder wegmachen. Was ich jetzt immer mache, ich setze dann direkt hier an diese Trigwand eine normale Holzfoundation. Und knalle mir hier direkt so einen Aufgang hin, damit ich direkt hochkomme. Dann geht man rein. Und jetzt müsst ihr erstmal gucken, ob alles funktioniert hat. Weil wenn ihr alles direkt auf Stein upgradet und dann merkt, oh ich habe einen Fehler gemacht, ist das natürlich scheiße. Wir werden jetzt nämlich von hier, also an dieses Dach, noch ein Dach dran setzen. Jetzt kann man sehen, das Dach hat 31 Stabilität und das hat 11% Stabilität. Wenn wir jetzt hierhin was bauen können, was wir können, dadurch, dass wir den Bunker so gebaut haben gerade, passiert nichts. Wenn wir uns jetzt hier einen Rahmen reinzimmern, haben wir hier 61% Stabilität und hier 31%. Und dann können wir auch hier ein Dach reinsetzen und das upgraden, um den Bunker zu schließen. Wollen wir den Bunker jetzt wieder aufmachen, entfernen wir einfach diesen Trickrahmen hier. Zack und schon geht der Bunker auf. Ihr upgradet natürlich jetzt alles ab, weil es ist ja alles richtig gewesen. Du suchst nett und aktive Rustmates, du könntest dazu auch noch ein paar neue Rustscans gebrauchen. Dann klick einmal hier oben drauf, da kommst du auf meinen Discord-Server. Da kann man jeden Montag ein gratis Rustskin gewinnen und dort sind über 1300 Spieler, die vielleicht auch mit dir spielen wollen. Um hier hochzukommen, einfach einen Ofen hier hin platzieren. Könnt ihr draufhüpfen und hieraus dann raus. Hier das Ganze zielen wir dann. Nicht wundern, dadurch, dass wir hier so einen kleinen Trick angewendet haben beim Bunker, kann man nicht immer alles direkt platzieren. Ihr seht, der Rahmen ist jetzt bei mir von der Seite aufs Rot. Wenn ich aber jetzt von innen schaue, ist der Blau. Da müsst ihr manchmal ein bisschen rumgucken. Tür rein, ich packe jetzt hier ein Garagentor rein. Ihr könnt natürlich auch erstmal nur eine Holztür reinholen oder eine Blechtür. Die Holztür nehmen wir dann raus und dann sortieren wir hier erstmal neu. Hier kommt eine Trickwand hin. Dann placen wir hier kurz ein Dachdreieck und machen das wieder weg. Dachdreieck und machen das wieder weg. Ich bin jetzt hier drin, ich bin jetzt hier drin. Ich bin jetzt hier drin, ich bin jetzt hier drin. Okay. Okay. So, bekommt man hier sogar zwei Schlafsäcke rein, falls man mit dem Duo mitspielen soll. Das ist hier an sich eine Solo-Base. Ich benutze hier Solos, auch gerade in meinem Stream. Gerne einmal hier oben draufklicken und voll auf Twitcher lassen, wenn du mal live dabei sein willst, wenn ich streame. Hier packe ich mir immer noch eine Lampe rein, dann ist das Ganze hier auch hell. Ihr könnt jetzt selber entscheiden. Geht ihr erstmal auf Sicherheit, baut also Honeycomb an eure Base dran oder baut ihr erstmal die zweite Etage drauf. Ich mache es meistens immer so, dass ich erstmal auf die zweite Etage gehe, damit ich hier oben noch einen Airlock habe quasi und von oben runter schießen kann. Ihr seht schon, bei dieser Wand ist es wieder so, man kann die nur von außen platzieren. Nicht wundern. Hier bei der Tür, wenn ihr reinkommt links, ist es direkt so, könnt ihr selber entscheiden, wie ihr das wollt. Entweder ihr macht es wie ich, packt hier eine Vending Machine rein, könnt dann hier nochmal ein bisschen was lagern und verkaufen, wenn ihr wollt. Oder ihr lasst das Ganze und macht hier eine ganz normale Wand rein, das ist euch überlassen. Hier packe ich dann immer schnell Sachen rein, das ist also meine Dropkiste eigentlich hier. Jetzt hätten wir also schon die erste Etage fertig. Jetzt mache ich es meistens so, jetzt Honeycumpe ich unten meine Base. Damit der ganze Core sicher ist und ich hier endlich einen richtigen Aufgang dran bauen kann. Weil solange das hier nicht aus Stein upgradet werden kann und das geht ja nicht, bevor man das nicht Honeycumpt, ist es oft so, dass die Spieler hier meine Twig Foundation weghacken oder so. Das, was ich hier gemacht habe, machen wir jetzt einfach bei jeder Ecke. Und dann kann man auch hier einen ganz entspannten Aufgang machen. Den grade ich dann auf Stein ab. So, dann kann den auch keiner mehr kaputt machen. Dann können nämlich die Spieler, die an euren Verkaufsautomaten wollen, einfach hier rüberhüpfen, hier hingehen und ihr könnt einfach hier in eure Base rein. Warum ich das gerne ziemlich früh upgrade auf Stein hier draußen, also Honeycumpe komplett, damit ich nämlich in meiner Base drinnen anfangen kann, das Ganze hier auf HQ abzugraden. Ich möchte nämlich nicht, dass andere Spieler, andere Teams von außen sehen können, dass mein innerer Core aus HQ ist. Weil je krasser upgrade die Base ist, desto interessanter sieht die natürlich für Raider aus. Und das wollen wir nicht. Wir haben wie gesagt jetzt das Honeycumpe fertig, also können wir auf die nächste Etage gehen. Und das wäre unser Shooting Floor. Einfach komplett einmal rundherum Fenster einbauen. Zumachen, 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 zumachen. Hier, das lasse ich immer auf. Da kommt nämlich eine Leiter rein. Das hier schließe ich, damit man nicht von außen durchs Fenster mich anknallen kann, wenn ich hier hochkomme. Garagentor. Bei dem Aufgang packe ich ein Fenster rein und bei den anderen überall diese Schießscharten. Das mache ich hier meistens auch noch von außen, damit es identisch aussieht. Weil wenn ich hier hochkomme und mich irgendwer hier abkämmt, dann komme ich nicht mehr auf meinen Shooting Floor. Deswegen packe ich da meistens ein Fenster raus. Aber im Notfall, wenn man auch hier rüber schießen muss, kann man das natürlich auch rausnehmen und hier rüber schießen. Klar, man braucht für die Base ein paar BPs. Ich meine jetzt nicht die Türen oder so, sondern zum Beispiel die Dachluke, die Schießscharten oder auch das Fenster. Aber wenn man angenehm spielt, angenehmes Tempo, auch als Solo, die Base unten erstmal ein bisschen ausbauen, ein paar BPs farmen, dann klappt das alles wirklich einwandfrei. Ich habe es gemacht am Forswipe und es war super sexy. In unserem Shooting Floor platzieren wir jetzt überall noch so kleine Kisten, weil von denen kann man super hier reinglitschen und dann von oben runterschießen. Hier platziere ich mir immer eine Computerstation, die kann man nämlich auch benutzen, um drauf zu gehen und runter zu schauen. Und weil ich damit gerne aufs Eurig gucke und in andere Monumente, um zu gucken, ist da Nude neu gespawnt oder es sind da gerade Spieler. Die kostet natürlich was, wenn man Glück hat, findet man die auch. Aber wenn man die gar nicht findet, kann man die auch im Notfall beim Outpost kaufen. So, hier oben platziere ich mir meistens noch einen Schlafsack. Hier oben kann man auch wieder zwei platzieren, wie unten in der Base. Für sich und sein Teammate. Jetzt kommt das letzte bisschen und wir machen einfach hier oben überall ganz normale Dächer dran. Dann kann man hier einen Minicopter parken. Was ich ganz gerne mache, platziere hier super gerne Flame Turrets, einen hier hin, dann folgt ihr der Linie und genau gegenüber platziert ihr dann noch eins. Dann könnt ihr nämlich euren Heli hier parken ohne Problem. Heißt, es kann den keiner klauen, weil um den Heli zu klauen, muss man ja erstmal einsteigen, den starten und wegfliegen. Und bis dahin, ich platziere den immer so, dass der Sitz vom Heli, also der Pilotensitz, immer genau hier in der Mitte ist. Wenn dann jemand einsteigt und den wegfliegen will, weil er irgendwie hier drauf gekommen ist, wie auch immer, mit Leitern oder so, kann der sich zwar hier reinsetzen, wird aber in der Zeit, während er den Heli startet, der startet ja nicht direkt, von den Flammengeschützen weggebrannt. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich gradle dann oftmals das hier noch auf Metall ab, damit es einfach noch ein bisschen stabiler ist. Aber wenn ihr wirklich die maximale Sicherheit haben wollt, dass die Leute eure Base nicht ganz so attraktiv zum Raiden finden wollen, dann lasst das Ganze hier auf Stein und macht das einfach so. Hier kann man auch noch, bei eurem Bunkereingang, könnt ihr noch mal so ein dreieckiges Dach setzen. Und da kann man dann auch nochmal zwei Kisten für Stauraum platzieren. Ziel ist es, wie gesagt, was ganz wichtig ist, diesen inneren Core, das hier, alles auf Haku zu machen. Auch hier den Rahmen upgraden auf Haku. Der hier ist nicht so wichtig, der muss jetzt nicht unbedingt auf Haku sein. Wollt ihr jetzt offline gehen, wollt euren Bunker schließen, nochmal zum Verständnis. Ihr nehmt einfach einen Holzrahmen, platziert den hier zwischen eurem Ofen über eurem Lagerfeuer. Und sobald ihr das gemacht habt, schön euren Rahmen setzen und den auch auf Haku upgraden. Wichtig ist, wie gesagt, das Innen hier, was man von innen alles sieht, außer Haku upgraden. Außer halt die Wand hier, die ist dann nur vom Anfang noch, damit da euch am Anfang kennenlernen kann und die Rahmen nicht. Und dieser Rahmen hier, den gradet ihr niemals ab. Weil den müsst ihr ja abmachen, damit dann hier dieser Bunker wieder aufgibt und ihr rauskommt. Musik 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 Musik